Willkommen auf einer neuen Seite der MSX FAQ zum Thema Windows Security Changes im Jahr 2023. Keine Software ist fehlerfrei und kritische Sicherheitslücken werden immer wieder gefunden. Das ist keine Besonderheit von Windows, das ist auch für Linux und viele andere Systeme der Fall. In der Regel wird vom Hersteller sehr schnell ein Update verteilt, so auch bei Microsoft. Aber es gibt Updates, die nicht sofort wirken können. Jetzt werden Sie sich fragen, wie kann das passieren? Erklären wir erstmal unterschiedlich. Sie haben ein Haus, in dem Haus ist eine Schließanlage drin. Und jetzt stellt man fest, dass die Schlüssel nicht sicher sind. Natürlich können Sie sofort alle Schlösser an allen Türen tauschen und das Haus ist sicher. Das einzige Problem ist, die Bewohner kommen nicht mehr herein. Das heißt, man braucht etwas Vorlaufzeit. Sie müssen quasi die neuen Schlösser bereitlegen, den Bewohnern die neuen Schlüssel geben und dann die Schlösser tauschen. Und das dauert etwas Zeit, weil die ein oder anderen Bewohner sind in Urlaub oder sind unterwegs, man trifft sie nicht an. Sie möchten also verhindern, dass Sie durch den Einbau stärkerer Schlösser eine Teilmenge Ihrer Bewohner nicht mehr ins Haus lassen für diese drei Updates, die ich Ihnen gleich vorstelle. Wenn Sie sicher sein wollen, reicht es nicht, die Updates zu installieren, sondern Sie müssen auch die Wirkung erzwingen. Allerdings macht Microsoft für Sie das auch alleine, aber nicht sofort, sondern auch einen Zeitplan. Umgekehrt heißt das für Sie, wenn Sie ein Update installiert haben und sich um nichts kümmern, wird Microsoft irgendwann die Zügel anziehen und diese Sicherheit durchsetzen. Ob dann allerdings all Ihre Produkte mit noch funktionieren, das sollten Sie vielleicht vorher testen. Und deshalb schauen wir uns mal die Sachen an. Es gibt drei Stück. Das ist einmal die strenge Prüfung von Zertifikaten, Pack-Signing und RPC-Sealing. Und wenn Sie sich durch die Seite gearbeitet haben, dann haben Sie noch zwei zusätzliche Dinge kennengelernt. Nämlich einmal, dass man vielleicht die Zertifikate und die Templates einer PKI besser sichern sollte. Und wenn man schon dabei ist und sich alles analysiert hat, dass man vielleicht auch RC4 bei CareBowse abschaltet. Schauen wir uns mal die erste Lücke an. Die erste Lücke wurde nämlich interessanterweise im Office 365-Portal veröffentlicht. Dort hat Microsoft davon gewarnt, dass am 9. Mai 2023 eine Änderung bei On-Premise-Omen-Controllern stattfindet und damit die Funktion gestört sein könnte. Wenn Sie sich mit einem Zertifikat am Active Directory anmelden, dann ist es für einen Angreifer möglich, den Inhalt des Zertifikats zu verändern. Das heißt, ich kann mir als Angreifer ein Zertifikat für den Administrator ausstellen und dazu an den Server gehen und sagen, ich möchte für diesen Benutzer ein CareBowse-Ticket bekommen und dann habe ich ihr Recht übernommen. Der Root-Cross dafür ist, dass ein Besitzer eines Computers oder der Computer selbst im Active Directory einige LDAP-Felder für dieses Computerobjekt ändern kann. Zum Beispiel Service Principal Names oder DNS-Namen oder sonst was. Und die PKI diese Felder nutzt, um ein Zertifikat auszunutzen. Umgekehrt ist ein Domain-Controller da, der aus dem Zertifikat genau diese Werte, die durch den Angreifer änderbar sind, als Quelle nutzt, um den Benutzer zu identifizieren. Microsoft hat nun nicht dafür gesorgt, dass ein Angreifer diese Felder nicht mehr ändern kann, sondern hat gesagt, der Domain-Controller wird in Zukunft diesen Feldern nicht mehr vertrauen und stattdessen einem Feld im Zertifikat vertrauen, was eine SID enthält. Die kann der Angreifer nämlich nicht fälschen. Das heißt aber auch, alle Objekte, die heute ein Zertifikat nutzen, müssen ein neues Zertifikat bekommen. Gut, die meisten Zertifikate sind ein Jahr gültig, dann muss man sich diese eh erneuern, ist im Prinzip kein Problem. Aber im Mai 2022 hat Microsoft durch ein Security-Update das Verhalten der PKI geändert, dass neue Zertifikate dieses zusätzliche Feld haben. Und jetzt wartet man und wartet man und wartet man und ursprünglich war geplant, dass am 9. Mai 2023 die Domain-Controller diese strenge Prüfung einfach aktivieren. Wer bis dahin kein neues Zertifikat hat nach der neuen Vorgabe, ist ausgesperrt. Heißt aber, wenn Sie dieses Windows-Update nicht im Mai 2022 installiert haben, so vielleicht erst im Juni oder Juli, dann könnte es passieren, dass ein Teil Ihrer Mitarbeiter ein Zertifikat hat, was noch nicht die neuen Inhalte hat, aber über diesen 9. Mai hinweg gültig ist. Und dann nicht mehr arbeiten kann. Microsoft hat mittlerweile diese Deadline verschoben, aber irgendwann wird sie kommen. Und es gibt durchaus Firmen, die stellen Zertifikate zum Beispiel auf 3 oder 4 oder 5 Jahre aus. Es ist ja eine interne PKI, um damit einen Computer per VPN zu authentifizieren und eben nicht einmal im Jahr ein neues Zertifikat-Update zu verteilen. Für Sie heißt es nun, kontrollieren Sie Ihre Zertifikate, die Ihre Computer oder Ihre Benutzer bekommen. Ob hier auch diese Erweiterung vorliegt. Wenn das da ist, ist in Ordnung. Ansonsten kontrollieren Sie auf der PKI, welche Zertifikate ausgestellt worden sind, die noch nicht aktuell sind und kümmern sich um eine Erneuerung dieser Zertifikate. Wenn Sie beides nicht so schnell in den Griff kriegen, gibt es eine zweite Möglichkeit. Sie können das bestehende Zertifikat in das Feld als Security-Identities importieren. Dann wird der Domain-Controller nach der Aktivierung der starken Sicherheit auch dieses Feld auswerten. Ich habe hier noch ein paar weitere Eventlog-Einträge, über die Sie nachfolgen können, welche Benutzer noch ein Zertifikat verwenden, was nicht der starken Überprüfung standhalten wird. Viel Spaß beim Suchen und beim Aktualisieren. Zertifikate gilt nicht bloß für Leute, die mit einer Smartcard sich am PC anmelden. Zertifikate sind vielfällig im Einsatz. Zum Beispiel Computer am VPN, über Radius, Zugriff auf RDP-Server, Anwendungen, die auf Webseiten laufen per Zertifikat-Anmeldung. Also sagen Sie nicht zu schnell, dass Sie dieser Fall vielleicht nicht betreffen könnte. Schauen Sie einfach mal im Eventlog nach, ob Sie diese Events finden. Und wenn ja, dann sollten Sie was tun, weil die Deadline von Microsoft werden Sie irgendwann nicht aufhalten können. Wenn Sie schon beim Thema Zertifikate sind, dann werfen Sie mal einen Blick auf Ihre PKI, ob dieses Attribut hier gesetzt ist. Die Attribute Subject Alternate Name 2. Wenn dieses Attribut gesetzt ist, über diesen Weg können Sie es rausfinden über Z-Utel, dann heißt das, ein Anforderer kann die Felder im Zertifikat überschreiben durch eigene Werte. Theoretisch könnte ich mir also ein Zertifikat anfordern, was einen anderen UPN enthält als meinen eigenen. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, vor allen Dingen, wenn Sie sich mit Zertifikaten anmelden können. Deshalb sollte dieses Attribut eigentlich ausgeschaltet sein. Ansonsten schauen Sie sich einfach mal den Artikel von Herrn Gratenecker an, wo gut beschrieben ist, wie das sogar praktisch ausgenutzt werden kann. Die zweite Problematik ist das Thema PAK-Signing. PAK ist eine Sache bei Kerberos, Privileged Attribute Certificate. Und heute wird dieses PAK-Sealing genutzt und das ist nicht sicher. Und in Zukunft werden Domain-Controller PAK-Signing erforderlich machen. Und wie beim Türschloss bei deinem Haus ist es so, der erste Schritt ist, ich muss auf allen Clients und auf den Servern die Funktionen PAK-Signing überhaupt erstmal im Code bereitstellen. Die zweite Geschichte ist, dass man den Client sagt, bitte nutzt PAK-Signing. Das heißt, ab dem Moment der Installation, der Security-Update vom November 2022 hat das mitgebracht, ab der Installation werden Kerberos-Pakete quasi signiert. Das dauert ein bisschen, bis alle PCs das Update haben, aber irgendwann wird es halt so sein. Es könnte sein, dass andere Produkte Probleme damit haben. Dann können Sie über den Registry-Key diese Signatur temporär ausschalten, aber nicht auf Dauer. Nachdem dann alle Clients die Signatur aktiv haben, dann können Sie die Audit-Funktion nutzen. Die hat Microsoft am 13. Dezember automatisch eingeschaltet. Das heißt, ab dem Moment gibt es Meldungen im Windows-Event-Log. Da nun ja alle Clients aktualisiert sein sollten, sollten Sie keine Fehlermeldungen sehen. Die Meldungen, die Sie sehen, sind ein Hinweis auf Client, die noch nicht entweder das Update bekommen haben oder PAK-Signing überhaupt nicht unterstützen und dadurch Probleme bekommen könnten in Zukunft. Am 11. April 2023 wird Microsoft den Schlüssel so verändern, dass man die Signing nicht mehr abstellen kann. Das heißt, ab 11. April werden alle Windows-Client immer ein PAK-Signing machen. Ich hoffe, dass Sie bis dahin alle Server geprüft haben, dass die damit umgehen können. Die Windows-Server können das, speziell wenn sie halt die Updates haben, aber es gibt ja auch andere Dienste und Server, die mit Kerberos angesprochen werden. Hier gilt es also zu prüfen, ob Ihr Filer, Ihr NAS, Ihr Web-Server auf Apache, Ihr Linux-System mit Kerberos-PAK-Signing zurechtkommt. Am 11. Juli, also drei Monate später, werden die Domain-Controller nur noch Pakete annehmen, die signiert sind. Alle anderen werden verworfen. Allerdings können Sie über eine Registri-Key dieses Verhalten wieder abschalten, aber spätestens am 10. Oktober ist nach aktueller Planung Schluss mit der Nutzung von PAK-Sealing. Es muss dann PAK-Signing sein. Auch hier heißt es für Sie, Sie können vorab schon diese Schlüssel nutzen, um PAK-Signing früher zu aktivieren. Und das sollten Sie vielleicht auch. Zum einen, um sicher zu sein, dass es nicht am 10. Oktober plötzlich passiert, sondern einfach um sicherer zu sein. Weil Stand heute ist es so, also jetzt im Januar 2023, dass alle Clients PAK signieren und die Domain-Controller jetzt auditieren, aber PAK-Sealing ist weiterhin möglich. Das heißt, die Lücke, die Microsoft durch das Update vom November gepatcht hat, ist noch nicht geschlossen. Das gleiche gilt für den dritten Fall, Remote Procedure Calls. Dort ist RPC-Sealing aktiv oder wird aktiviert. Und zwar kam das auch mit dem Update vom 8. November. Und auch hier ist es so, dass man durch die Installation des Updates RPC-Sealing scharf schaltet. Es wird also immer genutzt, wenn aber ein Server es nicht kann, sprich wieder NAS-Systeme, Filer, wie es auch immer, dann können Sie über den Registrierungsschlüssel, requireSeal gleich 0, diese Funktion erst mal wieder deaktivieren. Aber Sie sollten natürlich ganz schnell gucken, warum es nicht funktioniert. Denn am 11. April 2023 ist auch hier geplant, dass die Akzeptanz oder die Auswertung dieses Schlüssels abgeschaltet wird. Das heißt, dann gibt es dann nur noch den Kompatibilität-Mod. Und am 11. Juli, also auch wieder drei Monate später, wird der Kompatibilitäts-Modus auch abgeschaltet. Heißt aber auch hier, die Lücke, von der Microsoft weiß und die durch das November-Update im Code vorbereitet worden ist, muss entweder durch einen Registrierungsschlüssel aktiviert werden oder wird im Laufe der Zeit automatisch aktiviert. Wenn Sie aber das System jetzt nicht knapp sieben, acht Monate weiterhin angreifbar lassen, dann kümmern Sie sich rechtzeitig darum, diesen Schutz zu aktivieren. Auch hier gibt es im Windows-Event-Log die entsprechenden Meldungen, welche Clients noch RPC-Signing statt Sealing nutzen, welche vielleicht noch die alte RC4-Variante nutzen. Und wenn Sie schon so etwas wie RC4 hören, der nächste Punkt ist natürlich mal zu überlegen, ob Sie bei Kerberos RC4 komplett abschalten. Die ES wurde schon abgeschaltet von Microsoft, nämlich mit der Einführung von Windows 2008 und Windows Vista, also beides Produkte, die schon lange nicht mehr im Support sind. Das heißt, seit dem Zeitpunkt machen alle Windows-Clients normalerweise AES, aber RC4 ist immer noch im Bauch drin. Aber genau wie die anderen drei Updates, die von Microsoft so nach und nach scharf geschaltet werden, möchte ich nicht ausschließen, dass Microsoft irgendwann auch anfängt, RC4 abzuschalten. Und was liegt näher, als jetzt, wenn Sie eh diese ganze Thematik bearbeiten, in Ihrem Event-Log auch nochmal schauen, wer noch RC4 nutzt, weil RC4 ist quasi auch nicht mehr sicher. Sie aktivieren ein Auditing per Gruppenrichtlinie und dann schauen Sie im Windows-Event-Log nach den Einträgen, wer noch RC4 nutzt. Und wenn da keiner mehr dabei ist, dann können Sie auch AES erzwingen, sowohl auf Clients als auch auf Server und damit haben Sie das System auch abgesichert. Auch die Auswertung der Event-Logs hier geht recht einfach per PowerShell. Sie suchen das Security-Event-Log, suchen nach dem Auditing und nach der passenden Event-ID. Die eine ist für Kerberos-Granting-Tickets auszustellen und das andere ist für Kerberos-Service-Tickets abzufragen. Und diese Werte sollten entsprechend keine Treffer liefern. So, und jetzt sind Sie an der Reihe. Ihr System ist vermutlich gepatcht, entweder im Mai 2022 oder im November 2022. Aber damit wurden nur die Updates vorbereitet, aber noch nicht scharf geschaltet. Das heißt, es liegt an Ihnen per Gruppenrichtlinie, die Sicherheit auch durchzusetzen und idealerweise vorab probeweise auf einzelnen PCs damit anzufangen. Und zwar möglichst bevor Microsoft irgendwann in naher Zukunft die Defaults umstellt und keine schlechte oder unsichere Verbindung mehr zulässt. Und vielleicht wichtige Dienste außer Kraft setzt, die nicht auf Windows laufen und nicht mit Windows-Clients unterwegs sind. Viel Spaß beim Lesen der Seite und der weiterführenden Links. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen.